Kampf der Realitostars, im Ein-Euro-Paradies Die erste Fuhre ist angekommen. In der ersten Folge von Kampf der Realitostars, Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2, auch bei RTL Plus, wurden die ersten 10 Promis an den thailändischen Strand gespült. Serkan Yavuz, 29, darf die vierte Staffel eröffnen. Der Regensburger war schon in unzähligen Trash-Formaten zu sehen. Nur KDR fehlt noch in seinem Portfolio. Um dabei sein zu dürfen, nimmt er nur eine symbolische Gage von einem Euro. Wahrscheinlich hätte er auch drauf gezahlt. Als Hardcore-Fan kennt er die Sala und die anderen Schauplätze schon aus dem FF. Routiniert, als würde er schon Monate hier leben, führt er die nächsten beiden Ankammlinge durch das Gelände, Ingrid Pavic, 35, und Mani Ludolf, 60. Ingrid Pavic, die man aus Big Brother 2011 kennt, ist ebenfalls dankbar, hier sein zu dürfen. Sowas wie hier könne man schließlich nicht einmal bei Albert Schweitzer, Sigg, buchen. Mani Ludolf wirkt überall glücklich. Der rätselige ehemalige TV-Schrotthändler trägt auch unter der südostasiatischen Sonne seine grüne Strickmütze. Sein Markenzeichen seit der Wintersaison 1978-79. Hat ihm damals seine Mutter und so weiter. Danach kommen in kurzer Folge, Paul Janke, 41, selbsternannter Urbachelor. Sommerhaus der Stars-Gewinnerin Antonia Hämmer, 22, die beweisen will, dass sie ohne ihren Ex, den doxischen Bauern Patrick Romer, 27, funktionieren kann. Ex-Viva-Moderatorin und Eurodance-Legende Desi D, 52, die aus den 90er Jahren, Sigg, kommt. Hot oder Schrott alles Tester Matthias Mangiapane, 39, der sich frei nach Nietzsche als pures Dynamit bezeichnet. Auch die Grand Dame von Hot oder Schrott zieht ein. Uschi Hopf, 81, weiß nicht, wie man das Wort Reality ausspricht. Auch sonst scheint sich die Berlinerin nicht über das Format informiert zu haben. Jedenfalls springt sie nackt in den Pool. Also komplett nackt. Die gnädige Regie blendet Obst-Emojis über die Glocken von Rom, Matthias, und die Mumu, auch Matthias. Dass sie gefilmt wird, scheint ihr nicht bewusst gewesen zu sein. Nach der ersten Nacht kommen die letzten zwei Debütanten der Auftaktfolge. Daniel Schmidt, 39, ist Chef des Elbschlosskeller an der Hamburger Rieperbahn. Europas asozialste Kneipe. Als solcher sollte er mit verhaltensauffälligen Mitbewohnern klarkommen. Als letzter erreicht Sarah Knappig, 36, den Starstrand. Die ehemalige Problemkandidatin von Germanis Next Topmodel und dem Dschungelkamp ist stolz darauf, sich körperlich verändert zu haben. Durch die Geburt ihrer Tochter nahm sie 20 Kilo zu. Ihrem Ruf als Drama-Queen wird Sarah Knappig gleich gerecht. An der Wand der Wahrheit reißt sie das Spiel gleich an sich. Die Stars müssen sich nach ihrer Bekanntheit beim Publikum zuordnen. In letzter Minute wirft Sarah die im Kollektiv abgestimmte Rangliste um, sich selbst setzt sie kurzerhand vor Bachelor Paul an Platz 1. Doch Sarah hat sich zurecht durchgesetzt. Alle Zuordnungen stimmen, zum ersten Mal in der Geschichte von Kampf der Reality Stars. Ihre Mitbewohner verneigen sich. Zusammen mit Daniel muss Sarah bestimmen, wer zuerst die Sala verlassen muss. Die beiden Scharfrichter suchen sich Paul als potenziell stärksten Teilnehmer aus. Doch der macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Gemeinsam mit Manny gewinnt er das Spiel. Das ihn vor dem Rauswurf schützt. Die Stars müssen sich in Teams zusammentun. Ein Mitspieler muss mit seinem Körper aus einem Planschbeckenschleim aufnehmen und damit einen Trichter befüllen, den der Kollege um den Hals trägt. Im Augenblick der Tatsache, Manny, äh der Stunde der Wahrheit mit Kathi Hummels, 35, müssen Daniel und Sarah also umdisponieren. Sie entscheiden sich für Ingrid. Die TV-Nase, deren Name wohl nicht nur den Mitbewohnern nichts sagte, muss parken. Ist das Teilnehmerfeld der vierten Staffel nun der beste Cast-Ever, wie Sarah Knappig behauptete? Nein. Auf dem Papier fehlen die ganz großen Namen der Branche. Die hatte RTL 2 schon in den vorangegangenen Runden verballert, Claudia Obert, 61, Gina-Lisa Lofink, 36, oder Georgina Fleur, 33. Auch ein Fiesling von Comit-Schuperschurken-Format fehlt. Wie ihn Friedrich Prinz von Anhalt, 79, in Staffel 2 verkörperte. Konfliktlinien, von denen die Sendung eben auch lebt, deuteten sich zum Auftakt nicht an. Sarah konnte ihre Eigensinnigkeit zugunsten des Teams einsetzen. Und selbst Matthias. Die selbsternannte schwarze Mamba, bleibt bisher ruhig. Die Vorschau auf die kommenden Folgen zeigte gleich zu Beginn aber, dass das nicht so bleibt. Die Vorschau auf die kommenden Folgen zeigte. Die Vorschau auf die kommenden Folgen zeigte. Die Vorschau auf die kommenden Folgen zeigte. Vielen Dank.